Hallo, mein Name ist Adel Köse. Ich bin der Geschäftsführer von unserem Familienunternehmen. Wir sind nütig der Möbelmelle. Ich möchte Ihnen zeigen, was bei uns alles möglich ist. Ich würde gerne eine Dusche bedienen. Die Dusche besteht aus einem Kunstteil von der Firma Salstor. Die Duschdase genauso. Hier haben wir ein italienisches Produkt, die Armatur, von der Firma Zucchetti. Hier habe ich die Badewanne von der Firma Flaminia. Das ist auch ein italienisches Produkt. Hier haben wir die Waschdischanlage, das ist mit einer Folienplatte. Was ich noch gerne zeigen möchte, ist die Schwachtel-Technik, die den klassischen Fliesen ersetzt. Hier haben wir einen elektrischen Handarbeit für Heizkörper, wie ein Leiter aussieht. Wir sind spezialisiert für exklusive Komplettbilder. Wir bieten, angefangen von der Beratung, Planung bis zur Umsetzung, alles aus seiner Hand. Sie finden uns im sechsten Dezirk in der Gugendorbe-Straße 137 und 124. Sowohl im ersten Dezirk in der Becke-Straße 3 und in der Köln auf Klasse 2. Besuchen Sie bitte unsere Webseite köse.at. So wie immer der Gugendor kann, gleich mit der Gugendorför. Wenn das Gugendor ist, dann wahrscheinlich schon da einfach an das Gugendorbe-Straße und viele kur 거기 zur Wahl. Untertitelung des ZDF, 2020